Hallo und Willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Manuel. Heute geht es um den Kira Lang, Sub und Flex. Und nun geht es um den Kira Lang. Das war der Ausgrund dann. Hier kommt der Fahrgastraum. Das ist die Ergel-Schlasse, innige Ergel-Schlasse. Und die Zeit. 6.56 Uhr. Und dann geht es. Das ist die Ergel-Schlasse. Und das ist die Ergel-Schlasse. Und das ist die Ergel-Schlasse. Und das war's, Vika. Wenn ihr noch mehr Vika zimmelt, abonniert ihr den Kanal. Und ach, jetzt die Glocke. Bis dahin noch nicht auf Vika sehen und bis bald. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.